Lampukistan Gaming ist hier! Zweite Folge Greedfall! Heute gucken wir uns weiter den PS Plus Titel des Monats Januar an und es heißt Greedfall und nicht Greedfell, wie ich sicher das ein oder andere Mal in der ersten Folge gesagt habe. So, wir müssen jetzt Konstantin finden, wir müssen nach der Ware am Hafen schauen. Da ist jetzt die Frage, gucken wir mal, gibt es hier eine Map oder sowas? Okay, das ist unser Charakter, ne? Hier ist die Karte. Also, es geht hier runter. Wie, er rennt, das sieht alles ein bisschen... ...unrund aus, ne? Wir versuchen erstmal dieses... ...direkter Zugriff auf die Karte, ja, ja, das haben wir ja jetzt schon. Ah, wir versuchen erstmal... Oh shit, was ist hier los? Oh fuck, Alter! Oh no! Jawohl! Zack! Zu Boden geworfen? Hier können wir noch diesen Zombie machen. Boah, der zieht richtig geil ab. Okay, können wir die Leute looten? Plündern? Halt! Come on! Goldmünchen, Silberarmband. Wir nehmen alles. Okay, oh, da ist der Typ, die hat auch noch was. Vier Goldmünzen. So, Ausrüstung. Hier war die Ausrüstung, ne? Wir haben irgendein Armband, haben wir abgestaubt. Beine. Ah, wir können auch den Typen hier ausrüsten. Aha. Okay. Äh, wie komme ich jetzt hier auf die andere Seite? Jetzt nicht so ganz... Wie kann ich denn jetzt hier meine Rüstung ändern? Leute! Komm schon, lass mich da nach rechts. Geht nicht. Wir kümmern uns weiter um die Mission, die wir... Ah, das war hier die Mission! Das waren die Typen... Ah, okay, okay, okay. Das waren schon die Typen, die die Ware nicht rausrücken wollten, offenbar. Okay. Dann versuchen wir doch mal das goldene... Die goldene Hauptquest zu erledigen. In diese Richtung. 40 Meter. Kommen wir hier durch? Sieht ganz gut aus. Platz des Prinzen. Hier unten lang wahrscheinlich. Ah, hier. Guck mal da. Ja. Ihr Excellency. Lord de Sade. Ich habe gesagt, dass Sie sich als Legate bezeichnet haben. Congratulations. Das sind große Verantwortung für jemanden so jung wie Sie. Aber Sie bringen honor auf Ihre Familie und die Congregation. Das ist sicher. Ich bedanke mich, Excellency. Ich bin hierher, um Ihnen zu informieren, von der Tiefredi. Mein Freund, Konstantin, ist jetzt zu beherberen, als Gouverneur von Nusereen. Und ich bin mit ihm. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so schnell gehen würden. Was für ein Schmer. Ich habe gedacht... Well, dann. Das ist ein Piddy. Have a pleasant voyage, a brilliant future awaits you They say that it is a marvellous island Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success You seem slightly hesitant Please tell me what troubles you A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene A charlatan passing himself off as an alchemist Do people actually give credence to these lies? Alas, yes They snatch up his celebrated panacea? Remedies worse than the ill, believe me As you can well imagine, alchemists are our pride This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him But here, we respect your laws I shall see what I can do, but make no promises My departure is imminent I thank you, Excellency And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy The man operates in the city center He is said to be clever and mean Be careful Hm, Nachfragen bezüglich? Da können wir noch ein bisschen mehr Brücken Okay, wir gehen Okay, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Ähm Hoffentlich müssen wir nicht zig Quests hier in dieser Stadt erledigen Obwohl doch die Abreise so dringend und wichtig ist, angeblich, ne? Checken wir mal ab, wie weit? 70 Meter Okay, jetzt müssen wir erstmal diesen Unhold hier, diesen Scharlatan finden Das ist unsere nächste Aufgabe Da vorne ist er schon, da ist die Tür Ja, da ist es, oder? Ja, da ist die Tür Good day, Excellency Sir de Sade To what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tier 4D on the hour Ah, yes I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature Allow me to congratulate you Were you not named Legate of the Congregation? You are correct, Excellency I thank you It is a station of great honor that I am sure you will fill with Brio and Panache Though Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future I only regret that your departure is so sudden Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter Tell me more about it And perhaps I can take care of your problem before my departure Very well A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard Heresy is not a crime in Serene, you do know that But I'm sure my uncle would hear your arguments Why call on my intervention? The Prince would indeed give us his blessing But it would take time Far too much time For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where I see You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards I'll look into this and see what I can do I must be going Farewell, Excellency May the light guide you, Dasade Okay, now we will find the next Types There are not many tasks in the city Before we here Reisen Now we are here Ketzer Okay, let me show you the Captain Vasco How is this here with the quests? Where is this quest log? Gibt es here a quest log? Tagebuch? Eine Heilung Für den Malchior Okay Die große Abreise Dauert immer noch an Stell dich Captain Vasco vor Kapitän Vasco Ähm Machen wir Moment Mit X rennen wir Aus dem Weg Wir müssen zum Captain Wo geht es hier lang? Hier müsste er doch irgendwo sein 30 Meter Da unten steht er doch schon Vasco da Gamma Oh Lively there Lads and lasses I promise the merchants and their prints would be off before the tide You man, carry that properly That porcelain is worth more than your life There are some children we'd be best to refuse Captain Vasco And you are? I'm de Sade The Prince's nephew If all is in order We will soon be embarking on your boat It's a ship Not a boat Apologies Apologies for my asking But the young governor isn't with you He didn't come home this morning I need to find him before departure I hope nothing's happened to him Or he hasn't changed his mind The tide does not wait Perhaps he simply celebrated his imminent departure With a little too much enthusiasm Is everything ready? We're short a crew member The cabin boy is missing But have no fear We will leave without him If he does not present himself before the tide Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation He's only a cabin boy He must have simply had a bit too much to drink In celebrating his departure Like another I know I doubt that Jonas was never one to fancy drink And it's been two days since last he was seen I know I feel something bad has happened to him Might I ask you if you hear anything Could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind Auf den Kätzern fragen Have you seen anyone wondering about? Suspicious looking? Maybe clandestine passengers? Take a look around There are far too many comings and goings To spot possible stowaways As long as they don't try and get on my ship I pay no attention to them That said We did catch ourselves a smuggler Just a while ago A smuggler? Maybe he could be of some use Where could I find him? In the port jails Not far from the warehouses Why I ask you Why the sudden interest in smugglers And the odd stowaway Hmm Werden wir ihm sagen was wir vorhaben? Nicht zu viel verraten ne? Er ist nur der Käpt'n Der muss nicht alles wissen Nothing to bother yourself about I'm just curious You wouldn't By the sheerest of coincidences Be on the trail of a couple of heretics Your Excellency The same a couple of the ambassadors of Tuleme's men Have been looking for nigh on two days And so you know about that? Of course The Cardinal's henchmen are hard to miss Even in a crowd And they were making quite a fuss Hoping we would cave in And help them in their hunt Feel free to carry out your own investigation But you'll end up with the same answers The Port Briggs Just like the warehouses Are property of the north No one else may enter Okay Ähm Den Constantine Da fragen wir auch noch You haven't heard anything about my cousin By chance have you? To be honest We were hoping to find him here Did you say he was Was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather Animated party That went down at the coin tavern But I haven't heard anything else That isn't the safest place in the city I hope nothing has happened to him Let's go and find him Thank you captain Happy to be of some help Alright Be back soon captain We need to have a word with that people smuggler The sailor mentioned He's a captain Kurt Like yourself And in order to interrogate the We need to find a way into his jail Dann äh Es wird nicht weniger An Leute und Missionen Die wir hier tätigen müssen Offenbar Wie weit ist das hier weg? 35 Meter Okay Schauen wir doch mal Was wir hier haben Schenke Schauen wir uns mal mit dem Quest abschließen Kann eine Quest meist auf verschiedene Arten abgeschlossen werden Okay So Find mal raus Na Jetzt quatschen wir mal mit dem Joffrey Joffroy Konstantin fragen Konstantin fragen Was für ein junger Mann Wir müssen bezahlen. 25 Goldmünzen. Wo ist das Zeug, das wir reparieren sollen? Hier in der Ecke, ne? Und das suchen. Okay. Das können wir nicht machen. Jetzt hier weiter. Nee. Okay, wieder zurück. Oh, die Türen. Okay. Ähm. Das ist ein Problem, das du hast. Entweder du sie schraubst, oder du sie schraubst. Oder ich schraubst, was ich von deinem Freund zu meinem. Das ist schrecklich. Er kann dich schraubst, sehr leicht. Er ist ziemlich ein frischer Mann. Vielleicht. Aber ein Zeug in der Hand ist auch zwei in der Küche. Und wie für die Worte, ich habe genug gehört, um einen Oce zu füllen. Sehr gut. Ich werde sehen, was ich in diesem Fall kann. Ich muss mich wegziehen. Okay, entweder müssen wir das Ding reparieren Oder brauchen wir 25 Gold Wie machen wir denn das am besten hier, ne? Oh, was ist hier los? Sammeln Oh Allagen, sieben Goldmünzen einfach so rum Sehr interessant Guck mal, hier liegt noch mehr Golf 21, ey, wenn wir hier noch mal irgendwas finden Können wir den Typen ausbezahlen Die garantiert noch irgendwo, das Gold liegt auf der Straße Zack, noch mal sieben Reicht schon, dann bezahlen wir den Typen einfach mal Wenn der so unfreundlich ist Und nur so seine Informationen rausrückt Ab geht's Komm her Okay, er wiederholt offenbar immer dasselbe Hier bist du, um deine Kosten zu lösen Honest books macht für honest Freundschaft Your cousin is either a very bad joker Or a right good fool He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs Dangerous fellows They have a storehouse they operate out of, a few streets from here What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable But you didn't hear that from me In any case, if you were set on recovering your cousin I would hurry if I were you They're not the tender salts Thank you for the information Off with you Get him out of whatever mess he's got himself into Seemed like a courageous fellow Who could down his pint Anything else? Nein Okay, wir haben den Typen jetzt bezahlt Mit Gold, das in seiner Taverne hier rum lag Dass er sich eigentlich hätte auch selber holen können Okay, das ist eine interessante Questgebung Und in der nächsten Folge Hoffen wir doch endlich mal Konstantin finden zu können Die Wir haben Schmuggler, wir haben Schleuser, wir haben Schläger Wir haben einiges zu tun hier Bevor wir offenbar diese Hafenstadt verlassen können Mal schauen, wie lange das noch andauern wird Wenn euch diese Folge hier gefallen hat Lasst mir wie immer gerne den Daumen nach oben da Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos Macht's gut bis dahin Ciao und bloß kein Stress